Musik So meine Lieben, wir sind auf dem Weg nach Köln. Die Mädels haben mich gerade beim Roten Kreuz abgeholt. Das heißt, wir fahren jetzt los, ich hoffe, dass wir rechtzeitig ankommen, wir mussten leider warten, bis ich Arbeit aussah, weil ich mich frei krieg. Wir werden sehen. So meine Lieben, ich will einfach kurz festhalten, dass wir seit 5 Minuten unterwegs sind und jetzt schon wieder so ein scheiß Bullock vor uns fährt. Gib Gas, Irohina! Jetzt gehört das! Irohina! Auf geht's, Sobe! Auf geht's! Jawoll! 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 So, da ist das Ding! Da ist das Ding! Jetzt sind wir wieder im Rennen. Lauter Schaf! Schafe! Was geht auf an den Wunder, wenn du hier hast, guck? Was soll ich machen? Lauter Schaf! Da! Und ein Esel! 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 Das ist ein Esel! Und ein Esel! Und ein Esel! Jetzt fährst du schon wieder von so einem Scheiß, Tobi. Jetzt ist es vorbei, jetzt kommen lauter Lampen. Offizielle Underground Schaf. Der Schafs Underground. Das muss ja noch besser werden. Okay, wir machen kurz nur Pinkelpause, weil ich unbedingt pinkeln muss. Aber ich habe jetzt kurz in diesen Mülleimer geschaut. Der schaut eigentlich ziemlich klar und kurz aus. Aber er ist ganz schön weit unten. What the hell? Spring rein, wir holen dich dann wieder raus. Ja, bis morgen dann. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt fast Floierer Maunys�. Guten Morgen. Morgen. Yo! So, wir haben jetzt Neukölln 10 nach 10 10 nach 10 Hängen lauter verschiedene Orte und das ist die einzige, was eigentlich richtig geht Wann wie geht's dir? Nach einer harten Nacht Ja, mir geht's eigentlich gut und hart ist ne gute Sache Wann schon? Juhu! Das ist unser lieber Gastgeber Oh, da grunzen sie noch die Burschen Ja, wo ist denn der Georg? Hallo! Ah, wo? Das ist arg Na Jungs! Haben sie gerade geschlafen? Jetzt warte einmal, jetzt halt einmal Warte schon! Es ist Zeit Hammer Zeit Hammer Zeit Hammer Zeit Hart wie ein Stein Ist das Viertel nach 10? Ja Du hast 10 Minuten schon gemacht Und ein Ohr Was machst du dann dahin? Du musst mein Ohr haben Löffelchen! Was ist denn In der Playstation? Boah, Alter! Wie nah gibt dir das, was drunter ist? Boah, geil! Gibt dann Ihren Tauner! Und der Playstation 1, was sich der Tombi hat Der hat bestimmt Boah! 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 Das kann das Schwule auflaufen wie du so geflackt bist, Alter! Was ist denn so ein Zeug hier? Ja, das fühlt sich zu schön! Oh-oh! Wir sind mit dem Robert! Robert ist dein Engel! Ich denke ich! Robert hat gekocht! Jaaa, das macht's nicht mehr! Robert hat gekocht! Jaaa, das macht's nicht mehr! So, wir sind im Bandraum von JunaMate. So, wir sind gerade ein bisschen durcheinander. Ach gar nicht, überhaupt nicht. Ganz normales Chaos. Saugeller Banner. Ganz viel Glitzer. Doch, doch. Also auf dem Video siehst du ganz deutlich. Entschuldigung. Weil es viel langsamer ist. Das haut alles hin. Und der Akku ist bald leer. Yeah. Der Georg, der mit dem Beeper. Und der Tobi. Wir befinden uns jetzt gerade im Roots Club. In Mötenglapper. Und am zweiten Tag unserer Schineniganz. Die Schineniganz. Die Lament. Die Lament. Die Lamentiganz. Die Lamentiganz. Die Schmeliganz. Und der Adam hält gerade die Flipp. Brr. 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 Und dann auf Schluss mit's Mö, oder? Prostuchchen, ne? Und wir freuen uns heute auf den starken Abend, ne? Yeah. Geil. Und dann auch. Sind sie im Gespräch? Ja Nein. Ja, die Semi bei dir wird. Die Sمكن. Ich onde, wie ich nochmal habe. Na, wo ihr grund zu machen? Das ist đang so��haus. Ja klar auf. Wil ich jetzt? Ja. Das ist denn jetzt. Es ist wichtig. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020